Hei 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 Nichts was ich hier jetzt sagen will Was tut er denn? Er lauf halt! Wie ich? Ja schon! Ja und dann? Klangt nicht da Pfff Also Ne Da müssen wir aber nicht hin Weiß wirs? Ja Da müssen wir über den Fluss Ja vielleicht gibt es eine Brücke? Ja lauf halt! 21 Schau gut aus! Wie ich ihn denn jetzt voll gekriegt habe, Alter 100 IP, geil 2 2 1 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 12 14 14 15 15 16 Tring-ding! Yeaaah! Alter! Mhmmm! Ähm, 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 ja. Ich mach mir das jetzt schon. Schau, was das hier bringen. Also, Item und Magie haben wir ja, aber... Ja, war seltsam, oder? F***ing nochmal seltsam? Seltsam! So, ich hab's halt näher gelesen. Oh! Also, ein Atomis. Matthäzis kannst du... Erholung? Was ist ein Wa... Äh, so... Na? Hä? Doch, echt, ein Walnuss. Ja, Walnuss ist auch nicht schlecht. Na, aber letztes Mal haben wir ein Heil-Item gekriegt. Aus dem normalen Ding. Ich mag ein Waffen! Ein Schock. Ich will ein Ultra-Groß-Schwert. Ja, das kriegen wir erst wahrscheinlich später aus dem Ding. Ich glaub, die Dinger sind die... sind die Samen von Domis. Also, einfach... Farmen, Farmen, Farmen. So wie im Schloss Domis. Mhm. Die werden ja wahrscheinlich random sein. Ich schau jetzt mal, dass das die besten Waffen werden, oder so'n Scheiß. Kann schon sein, ja. Mach deinen Scheiß-Träg! Ich mag Drachenzahn! Na, wenn dann... ...muss ich den Löwe... Das Rauch-Groß-Schwert, oder? Das heißt? Ja, das wär wirklich geil. Das Rauch-Ultra-Groß-Schwert. Und hin? Aber das meine gibt's nur um 2er, oder? Ja. Kann ich meinen Mage eigentlich hier allein weiter spielen? Du wirst es eh nie wieder spielen. Ja doch, aber mir hat halt einfach das letzte Mal so eins... ...hät mich viel mehr gebackt, als das 2er. Was denn, das 2er Dachsalz finde ich irgendwie nicht so geil. Du hast auf einmal gesagt, das 2er. Ja, ja. Dann kämen wir von mir das 1-Same komplett zu zweit durchspielen. Ja, haben eh schon fast. Ja, fast. Gut. Wie gesagt, ich bin jetzt... Nicht einmal annähernd. Ich bin jetzt letztes Mal ans DLC-Gebiet gegangen und hab den ersten Pass noch schnell gehüllt. Ja, mit was? Und schon mit deinem New Game Plus. Ja. Ja. Weh, die bricht jetzt ab. Toll, die ist tot. Hä? Ja, die war tot. Ich muss es aber nicht retten, du kannst es in den Heilen. Ich weiß. Schiefsinn ist der Kampf vorbei. Aber dafür braucht man jetzt nicht viel mehr von den Retzdingern unterm Feld. Mhm. Ich komme überhaupt nicht raus, wo wir bis jetzt zusammen gelaufen wären. Ich auch nicht. Das ist ein Fall für... Aber ich glaube, wir haben einmal nicht schlecht gelaufen. Ich glaube... Ist doch nicht das Intro vom anderen passiert? Sondern nicht, meine ja. Vom Peace Man oder wie der heißt. Kevin. Kevin heißt er. Wie heißt er? Ein AK namens Kevin. Ach, stimmt. Kevin. Stimmt, das war der Kevin. Ja. Ich freue mich schon auf den zum Umhauen. Was denn? Wo ist es noch? Wow. Wow, das war meiner Song. Das war der jeden Tag. Ich habe da gesagt, wie ich ihn verletzte. Oh,ав tal. Böken. Das war das Mal. Ich bin jungen. Ich habe das Mal. Ich habe das Mal. Der expandiert den Sitz und ... Stop! Stop! In the name of you! Stop! 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 What is that? Keep it back! Keep it back! And then... ... 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 Ein Wichser! Wie hüchst du denn als ein Tracic in der Wichs? Hast du es gesehen? Ich will, dass die Gloraner mocht, ne? Boah! Alter, hast du gerade 200 Wap-Mode? Ja, aber ich kann, warte mal! Buff dir auf alle Fälle Steinklinge, Mann! Ja, mir Mopper wieder einen Schaden! Und du bist doch nicht die T-Base. Dann ist die T-Base. Ja, dann kannst du da mal kommen. Wie kannst du jetzt mal nichts anderes? 202 finde ich jetzt auch schon mal nicht so schlecht. Pfff! Das ist aber ja mal gut, Ähm mal ohne Rüttung. Ist das gut? Oh oh Wow Ja, euer Zeug machte euer Ja, ist sie, oder? Ja, ist sie Einmal heilen Du heilst dann eh, oder? Ich weiß nicht, ob ich so schnell drücken kann Okay, okay Dann kotz ich aber echt ab Einfach ein Boss, Mann Ja krass, wieviel schnell dass du uns mehr nühe gehen kannst, wie? Ja, die haut gerade zu Ich hemm euch nicht einfach auf den scheiß Knopf drauf Ja, ich auch Dumm! Alter, wieviel fucking OP hat denn der ohne den Cast warst du am Arsch? Ach geh, halt den mal Scheiße Ja, ich bin tot Ja, ich bin tot Ne, da war ich so nicht hingekommen Pfff Nicht nur Scheiße Ich bin tot Das ist doch Ja, ich bin tot Ja 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 Ich bin tot Er hat 204 gemacht. Hoffentlich bricht das seinen Cast ab. Nein! Jetzt zerfen wir hier rein. Hier, so konzentriert bin ich, dass ich unterm Weg gleich fliegen schon wieder koste. Nein! Jetzt ist sie hier, oder? Ja, aber sie kostet noch. Ah, ich koste noch. Ja, die kleine Kasse da waren natürlich, die steht noch da. Das... Hallo! Alter, du musst gehen! Ich drück schon den ganzen rauf fetten Schlag. Ähm... Ja, keine Ahnung, was soll ich denn jetzt tun? Soll ich casten, oder soll ich irgendwas heilen? Ganz ehrlich, entweder cast ich gleich einmal fertig, oder es ist ein Bug. Oder... Wir haben ihn schon gefunden. Glaube ich nicht. Die kleine Kasse. Und du wahrscheinlich auch. Oder? Oh... Irgendwas lebt! Irgendwas lebt! Irgendwas lebt! Das lebt keiner mehr, ich hab auch nur Loppel! Doch! Nein, rechts oben ist was durchgestanden! Ja, doch du bist du... Das ist die erste Klasse! Nochmal mach ich! Hämmer dich genau drauf! Ich hab mich auch geklappt. Ja jetzt kenn ich den Pünkt drin. Ja ich spät. Richtig! Ich spät im Pünkt drin! Nur leid ich bin im Pünktude! So jetzt kannst du wieder am nehmen wenn er überlebt. Das ist … Das wird … ... tricky. Ich ähmmer … What the fuck is los hier? Ja, vergiss es doch, sag mir, ist das gescriptet? Hey, warte mal, das ist doch gescriptet, he. Es kann doch nicht sein, je Gottverdammte Scheiße. Komm, 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 ins Menü, ins Menü, ins Menü, 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 Menü. Komm, ins Menü, Menü, Menü. Kannst du heilen mit der Kleiner? Das bist, ach Scheiße, das bist du! L? Wieso? Was möchtest du da? Heilen mit der Kleiner, L-Drucker, L-Schütter-Tasten. Nur mal heilen, na, geht nicht. Ach, dann bin ich gerade auf der Kleiner. Ja. Ja. Ey, verreckt, du Bastard. Das finde ich echt ein bisschen schade, dass es nicht mehr gezeigt wird, weil er auch Falspieler erworfen hat. Gut, du sechst es ja, aber ich sech es ja nicht. Ey, komm. Ey, willst du mich schreien, Alter? Ey, was, wie viele Männer hat denn der? Das ist ja übel. Ey, du bist immer noch der Kleiner. Ja, ich drück schon die ganze Zeit Select, aber ich bringe sie nicht weiter. Ey. Jetzt hast du gewechselt, oder? Ich hoff. Na. Ich bringe sie nicht weiter. Keine Sorgen, jetzt bist du hier. Ah, hier nochmal. Nein, jetzt habe ich aus Versehen. Hopper. Hau den Zug, bitte. Hau den Zug, hau den Zug. Hau den Zug. Alter, Alter. Ich trau durch mit dem Boss, Mann. Der Boss ist ein ganz schöner Mist. Socke. So, jetzt druck du einfach, jetzt versuch du mich Select zum Druck. Boah, Gott sei Dank. Boah, Junge, warte. Stell dir mir vor, man hätte mir den Kasten gekürt, wie viel er das jetzt auskürt. Und der hat 5.000 OP-Code. Mindestens. Ja, leck mich doch fett. Und vor so einem Boss steht keine goldene Statue. Mmhmm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's gedacht, dass wir jetzt noch ein Burgeln müssen. Läuft, schließt sich an. Fertig. Ach, das ist der Patron für die Biesmenschen? Es ist zu spät. Es ist ein Welpe. Richtig. Ach, deswegen hast du irgendwie Vollmund verstehst. Immer, immer... Wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Naja, und krabbelt weg. Keine Sorge, normal für Biestmänner. Aha. Oh Mann, ich hab schon wieder was Falsches gelesen. Monddeuter. Mit bloß einem D. Ja, war ja logisch gewesen. Was? Wenn du das D bloß einmal liest, statt zweimal, dann liest du was anderes. Bitte. Du. Nein, Gladiator, ich. Du. Äh. Alter, Stärke. Druck. Taubern. Nein. Oh, Vita und Enti. Nein. Tja. Fuck, was für ein Unternehmer. Ich hab echt keine Ordnung, was ich nehme. Ich auch nicht. Ich weiß eben nicht, wie viel, wie viel Attack Power das dir Stärke bringt. An die normalen Gegner machst du mit Sicherheit noch Schaden. Im Nachkampf. Oh, beim Boss halt. Jo. Nice. Hopp, ja. Jo. Warte mal. Sie hat auch Steinklige gelernt, ja. So, oder? Ja. Ja, ja. Doch, sorry. Du musst dir bedenken, man kann die Charaktere kombinieren, wenn man lustig ist. Ja, ja. Wie viel hab ich denn eigentlich gekauft? Ja. 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 Kein gelangen für ein paar. Da haben wir schon wieder ein paar, aber nicht lang. 30, ja. Ja. Wir haben uns schon wieder 85 oder 4. Ja, die Bossfights sind aber auch ein HT. Halt den Maul. Wenn die ja zweimal hintereinander auf alle Kassen sind, dann einfach 200 Schaden jetzt mit Wachzeiten dürfen. Ja, der war heftig. Wir haben eh Schluss gehabt, dass wir bei dem einen Ding noch nicht draufgegangen sind. Ja. Ja.